Hallo und herzlich Willkommen zu Endless Legend mit den Wild Walkers. Ich stehe immer noch hier vor der Stadt, habe gerade dieses Ding kaputt gemacht. Wie nennt sich das denn? Village, genau. Von einer Miner Faction und bin gerade dabei, die Necrophages komplett aus der Welt zu tilgen. Puh, warum kann ich den nicht mehr... Achso, kein Army-Freund mehr diese Runde. Dann lasse ich noch meine Leute da unten laufen. Und ich glaube, danach schicke ich den Helden hier quer runter, dass ich die Landschaften dazwischen sehe. Und dann nehme ich mir die Necrophages vor. Deren letzte Stadt. Ich habe schon zwei von dreien. Eine ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ich bin mir todsicher, dass sie hier lag. Ähm... Ja, lag, halt. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind alles irgendwelche Gegner. Warum kann ich das eigentlich nicht aufbauen? Kann ich mit denen eigentlich auch einfach reden, oder muss ich die jedes Mal totschlagen? Imminent Empire Plan. Save some Influence Points. Ja, haha. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, mehr Influence Points zu bekommen, aber ich weiß nicht, wo die herkriegen. Garrison 0 von... Ah, das sieht aus wie... ...ein Integer. Er scheint ein Signed Integer zu sein. Äh, okay. Gut. Warum kann ich das denn nicht aufbauen? Muss ich hier... Ja, das hätte ich auch wirklich einfacher haben können. Warum kann ich da nicht einfach auf dem Fußboden klicken? So. Na gut. Lass mal das. Oh, wie sind denn die Leute hier verteilt? Ach, war von den Necrophages keiner Food. Ja, hier genau das Gleiche. Dafür so viel Dust. Und Science. Ich habe, glaube ich, nirgendwo jemanden auf Science sitzen. Das ist nicht so gut, wenn ich mal forschen will. Gut, dann werde ich jetzt pro Stadt mal zwei Leute auf Science tun. Ich habe hier doch bestimmt so eine coole Übersicht. Das ist... Ah, das ist natürlich viel, viel besser. Äh, Science wollte ich. Genau. Ähm, 222. Hier habe ich auch niemanden auf Science. Ganz ehrlich, das kann ich eigentlich nicht bringen, dass ich total vergesse zu forschen. Also, ich vergesse es ja nicht, aber ich widme dem nicht so die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich, äh, der Geschichte widmen sollte. Oh, bald da. Ja. Ja. Das ist nur einer. Warum ist er so mächtig? Feeds on Bones. Ich weiß nicht, was du bist. Wahrscheinlich etwas Großes. Hä? Wieso bringt der noch Leute mit? Die kommen da durch den Wald, da kann ich ein Stück vorrücken. Drei. Zwei. Ja, die kommen nicht weit. Und Launch. Mein Held macht erschreckend wenig Schaden dafür, dass er ein Held ist. Okay. Och, wie, wieso? Kann der so ungehindert durch Wälder rennen, oder? Naja. Kriegt mein Held mal einen auf die Mütze. Ich meine, der war ja schon mal wegen Verletzungen ausgefallen. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich ihn seitdem, ähm, so halten konnte. Ich glaube, ich muss bei Gelegenheit mal den Autokampf ausprobieren. Ich weiß nicht, wie fair der ist. Der hat noch Bewegungspunkte. Na? Ach. Ich kenne die schon. Roving Clans. Okay. Alchemical Armor. Das ist natürlich super. Age of Enlightenment. Was kriege ich denn? Iron Tier 3. Weapons and Armor available. Newly Trained Units will now be Masters and cost more. Luxury Resources revealed. Blood, Crystal, Grassilb, Moonleaf, Quicksilver and Titan Bones. Strategic Resources revealed. Adamantian and Palladian Empire Plan Level 3 available. Hervorragend. Luxury Resources discovered. Jedemengen Grassilb und Quicksilver. Aber wo? Ich dachte, hier in der Nähe. Quicksilver Deposit. Aber das kann ich vermutlich noch nicht abbauen. Nein, natürlich nicht, weil ich die Forschung dafür nicht habe. Ja, kümmere ich mich später drum. Ich forsche erstmal hier zu Ende und dann... Sehen wir mal. Kann auch nicht alles auf einmal machen. Äh, die werden mich gleich mit Sicherheit angreifen. Na, was habe ich gesagt? Aber die sind ja schon fast tot. Die können zwar weit reiten, aber müssen ja durch den Wald und... Ah. Was wollen sie machen? Ja, ach. Mach mir da jetzt nicht so Sorgen. Gut. So gut. Mein Imperium wächst und wächst und wächst. Machen. Dismiss. Hero Level Up. Sehr gut. Dann bekommt er... Hier. Einen Punkt. Das macht meine Angriffe noch stärker. Was bist du denn? Titan Bones. Ach. Luxury Resource. Wo habe ich denn den Spice Extractor in Auftrag gegeben? War das hier? Nein. War das hier? Ja. Ah, das zahle ich mal. Müsste ich gleich die Quäste abgeschlossen haben, die die ganze Zeit hier oben rumhängt. Oh. Augmented Extractor. Ich kann mich nicht daran erinnern, das geforscht zu haben. Äh. Quest Complete. Ach so. Das ist mein Reward. Okay. Alles klar. Diplomatic Offer. Nein. Nein. Uh. Die sind groß. Okay. Ja, ich glaube, die lasse ich in Ruhe. Müssen wir nicht bald auch... Ah. Ja, bald ist wieder Winter. Am. 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 Ich habe vergessen, massive Stockpiles anzulegen. Ich queue die einfach mal und dann ist gut. Gut. Da unten renne ich natürlich dann, äh... Uh, das sind einige. Ähm. In eine Armee, die ich nicht treffen möchte. Ich glaube, den Quest nehme ich gleich mal in Angriff. Die Frage ist natürlich, wenn ich da jetzt angreife, kriegen die doch bestimmt so Reinforcements. Ah, und ich werde von denen angegriffen. Na gut. Also, mittlerweile ist hier eine Menge los. Am Anfang des Spiels waren ja... So ein, zwei Monster unterwegs. So, jetzt können wir es nochmal sehen. Ähm. Minus zwei Food, minus zwei Dust und, ähm, minus ein Production on Exploitation. Ähm. Vision ist runtergesetzt und bewegen ja sowieso. Äh. Hold Position. Frage ist halt, ob die sich auch im Kampf deutlich weniger bewegen können. Naja. Ich habe hier wieder higher ground. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich muss irgendwas mit meinem Helden machen. Der ist viel zu schwach. Mehr Equipment forschen wahrscheinlich. Ah. Ah. Bitte, wie weit kommen die denn? Ich habe das Gefühl, die schummeln. Oh. So. Alle Angriffe verteilt. Müsste passen Frage mich, ob ich meine Milizen mit Equipment ausrüsten kann Wahrscheinlich nicht Oh, da unten steht mein Name, das ist ja cool Okay Empire Plan Wie viel habe ich denn? 307 Influence So teuer Trade-Rout-Bonuses Ha Ah, Unicost Reduction nehme ich mit Gut, dann lieber Dust Apply Oh, es ist Winter, ich verliere Dust Jetzt natürlich die spannende Frage Ob ich ihn schon besser ausrüsten könnte Titanium Habe ich doch Das ist 1,5 Plus 9 Okay Das ist anscheinend eine Forschung, die ich vergessen hatte Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Titanium Equipment Ach, diese Ohren Diese Ohren sind einfach ridikulös Das ist unglaublich Die machen mich echt fertig Hatte ich das nicht schon gemacht? Hatte er da nicht schon die Tier-2-Dinger bekommen? Bin mir gerade unsicher Was ist denn das Glass-Deal Tier-2 Ja Apply Wenn ich jetzt nochmal einen Spekt mache Hat er alles, was ich ihm gegeben habe Hervorragend Du bist auch noch Auf lokalem Gebiet Ähm Okay Glass-Deal ist Initiative Und Titanium ist Critical Alles klar Ich würde gerne an denen vorbeikommen Ohne, dass es irgendwie Stress gibt Army Without Orders Ja Was willst du überhaupt von mir? Da baue ich noch ein Und da Wo war denn da ein Construction Complete? Wenn nirgends einer fertig ist Wo habe ich denen denn einen Auftrag gegeben? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist Ich hätte es mir genauer durchlesen sollen Bevor ich es weggeklickt habe Na gut Habe ich eine Stadt, die ich vergessen habe? Ha Komm schon Komm schon Central Market Hervorragend Ich weiß gerade nicht, ob die mir das geben Oder die das von mir wollen Vor allem Wieso können die das schon abbauen? Sind die so viel weiter als ich? Gehen wir mal davon aus, dass die keine Versterbung bekommen Fuck Fuck Ähm Wieso kriegen die die ganze Dings jetzt als Reinforcements Die komplette Truppe? Das ist ein bisschen unfair Ja Was soll ich jetzt machen, außer sie rankommen lassen? Wobei ich ja mit den Einheiten hier wahrscheinlich deutlich mehr Schaden mache Als acht pro Angriff Besser ausgerüstet und haben einen coolen Helden dabei Ja Damit dürfte ich die aufreiben Hervorragend Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet Dass das so gut klappt Oh Oh Ja So Dann, dass nur er sein Pulver darauf verschießt Und launch Ich verstehe echt nicht, warum ich bei denen nur so wenig Schaden mache Na gut 39 Defense ist Wahrscheinlich nicht gerade wenig Wenn ich sehe, dass mein Held 16 hat Und der schwere Rüstung trägt Also gut, schwere Rüstung eben nicht Ich könnte meine Einheiten wahrscheinlich auch deutlich stärker rüsten Mach ich aber nicht Ah, jetzt kommen die aber gefährlich nah ran Okay Du Du Und ihr drei da Was? Das ist nicht der Befehl, den ich gegeben habe Aber okay Was bedeutet eigentlich dieses 5 von 5 da unten? Ach, 5 von 5 Stacks, mit denen ich da reingegangen bin, oder was? Nee, die haben schon welche verloren Und da steht immer noch 6 von 6 Nein, du da 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 und da Dann krachen die gleich wahrscheinlich in mich rein Und machen mir noch Schaden Och, nö Ernsthaft? Oh Okay Da habe ich nicht mehr gerechnet Also einen der Stacks sollte ich die Runde noch kaputt kriegen Ja Gut Dann nur noch der, der keinen Schaden haben wollte Warum? Battle Effect Halt Okay Hat die so ein Defense Action Gut, dann bin ich die Nervensägen auch los Hat die Stadt jetzt keine Miliz mehr? Anscheinend nicht Ich sollte meine Städte auch mal vergrößern Was? Was? Das ist ja Quatsch Habe ich das da richtig gemacht? Ja Äh, hier anscheinend nicht Nehm ich die Und wer bist du Und wer bist du? Und was machst du da? Roaming Army Da steht keine Zahl drüber und nichts Na gut Wo will ich denn hin? Nach hier unten Ach, eine 2 Ich finde der Winter könnte auch mal zu Ende gehen Die Winter, die ich jetzt nach dem Patch erlebt habe Sind irgendwie länger Habe ich das Gefühl Als die davor Davor waren Ein paar Runden Und haben Ach, Moment Ich glaube die werden im Verlauf des Spiels länger Das könnte natürlich sein Man ist hier ja irgendwie auf so einem sterbenden Planeten unterwegs Was ist das? Watchtower Was passiert, wenn ich da drauf klicke? Ich werde zu grün, wenn ich rauszoome Aber das heißt nicht, dass der Winter vorbei ist Units level up Uh, achso, weil er fertig gebaut ist Ah, das erklärt es natürlich Oh Okay Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die irgendwie Unterstützung kriegen Ich habe das Gefühl, die sind nicht so hart Ich habe von denen fast noch nie Schaden bekommen Wow Okay Die sind Riesig Warum kann ich den nicht nach da vorne bewegen? Ich möchte aber Oder den nach da Ja, dann muss ich wohl hier stehen bleiben 99 Hitpoints Alter Attack 39 Was? Ne, das waren meine Gegner Okay Okay Ich weiß nicht, was das für eine Linie Achso, das ist ein Fluss Äh, jetzt hätte ich die schon gerne ein bisschen, äh Weil da hinten stehen Damit die Gegner in Reichweite meiner Fernkämpfer kommen Ja, oder man bewegt sich gar nicht Irgendwas ist hier deutlich kaputt Dann muss ich mit denen in die Offensive gehen Das tut mir leid Ich bin ja Eigentlich nicht so für Nahkampf zu haben Aber was soll ich machen? Okay Ja, sehr gut Ach, der schlägt nichts zurück Weil er die Runde schon dran war Okay, ich verstehe Die sind ganz schön mächtig Aber Ach Puh Mächtig, aber langsam Und bis ich sie mal vorne an der Front habe Sind die schon halb tot Ja Ja, da geht der Erste Wo bist du denn Warum machst du nichts Ja Ach Es ist ein Kreuz Aber eins muss man denen lassen Wenn sie mal zuschlagen Machen sie gut Schaden Ich glaube, ich muss mit meinen Fernkämpfern gleich vorrücken Das ist diese Berg-Prophet-Geschichte, glaube ich Und ich weiß noch, dass ich eben sagte, dass die eigentlich gar nicht so gefährlich sind Ich habe mich getäuscht Ah, Moment mal Ach, ich hätte ihnen ein Ziel geben sollen Na gut Gut Gute Wahl Ich verstehe das nicht Da hatte ich vorhin schon so Probleme Dass die, äh Einfach kein Interesse daran hatten Ähm Auf meine Fernkämpfer zuzulaufen Und immer nur einen vorgeschickt haben Und ansonsten hinten stehen geblieben sind Feiglinge Geht ein Kampf nur Diverse Runden No winner can be designated this turn Ja Wow Dann halt nächste Runde Äh, gut Nach diesem Sehr, sehr, sehr Äh Ja Nicht so zufriedenstellenden Ergebnis Werde ich Diese Folge auch wieder beenden Und ich glaube Das Spiel für heute mal ausmachen Und vielleicht was anderes spielen Was ein bisschen Action-lastiger ist Also auch für Zuschauer Äh Dann danke fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr liken und abonnieren Und, äh Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss